Also ich bewerbe mich bei den Hechtsheimerinnen und Hechtsheimern um dieses Amt als Ortsvorsteher, weil ich der Überzeugung bin, dass ich mich so gerne engagiere für diesen wunderschönen Ort, dass die Hechtsheimer etwas davon hätten, wenn ich das mache. Wir haben sehr gute Ideen und ich traue mir das zu und ich wüsste an verschiedenen Stellen, wo ich anpacken würde. Ich möchte insgesamt auch gerne aktiv sein. Ich möchte kleine Dinge verändern, lieber kleine Veränderungen als keine Veränderungen. Also ich glaube, dass ich in den vergangenen viereinhalb Jahren das bewiesen habe, dass ich als Ortsvorsteher auf die Menschen zugehen kann, mich ihrer Sorgen und Nöte annehme und versuche eine Lösung zu finden. Wobei ich auch irgendwann klipp und klar den Leuten sage, wenn es nicht machbar ist, sei es aus rechtlichen Gründen oder sonstigen Dingen. Und ich bin auch stolz darauf, dass es mir gelungen ist, dass wir die Ortsverwaltung barrierefrei ins neue Bürgerhaus bekommen. Weil ich für alle Hechtsheimer und Hechtsheimerinnen Politik machen möchte, sowohl für die Alteingesessenen als auch für die Neuzugezogenen, für junge Familien, Migranten, Migrantinnen, aber auch für junge Menschen. Und dafür ist es mir wichtig, dass Politik wieder anfassbar wird, erlebbar wird. Und zwar auch in neuen Kanälen mit neuen Partizipationsmöglichkeiten. Und Stadtteilpolitik sollte Teilhabe bedeuten. Und das möchte ich, und das weiß ich, und das kann ich, weil das nämlich mein Beruf ist. Das kann ich sehr gut und deswegen bin ich die Richtige dafür. Ich will mich eigentlich nicht so in den Mittelpunkt stellen. Ich habe das Gefühl, dass ich gemeinsam mit vielen anderen engagierten und motivierten Menschen etwas dafür tun will, dass das, was wir wollen, die globalen Ziele, Klimaschutz, Gerechtigkeit, dass wir das vor Ort verankern und vor Ort die notwendigen Maßnahmen dafür ergreifen. Das kann man in Hechtsheim tun, da kann man was für den Radverkehr tun, da kann man was dafür tun, dass wir in einer grünen Landschaft und einem grünen Ort leben. Das kann man in Hechtsheim.